Wenn das so weit geht, haben wir vielleicht 100.000 Bewohner. Woher beziehen wir das? Das ist jetzt die Frage. Hierher beziehen wir das? Fusionszellen. Okay. Jetzt hier ein Plus von 13. Allerdings haben wir doch bestimmt jetzt ein negatives von den Fusionsdingen. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja! Chill deinen Nachs, da bin ich dran. Das ist noch nicht mehr verbunden, fährt man gerade auch. Das war auch sehr klug. Warte, bis das Geld reinkommt. Das Spiel kennen wir ja. Ah ne, das ist ja... Wait a second. Äh, wait a second, wait a second, wait a second. Das war gar nicht das, was ich brauchte, oder? Wir brauchen Fusionsgeneratorzellen, die wir auch hierfür brauchen. Die besorgen wir uns hier durch, durch die Sachen. Okay, dann doch. Dann müssen wir es halt nur... Ja, weiter mit 160.000. Äh, Energiebedarf ist das... Die Wartung, die wird halt schon wieder richtig nice sein. Aber, 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 nee. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Das ist aber sehr großzügig. Äh, nicht desto trotzdem möchte ich das dennoch verbinden. Dann... ... ... ... ... ... ... ... Hä? Ja, wir haben nichts bekommen. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Geht doch, dankeschön. Das war jetzt etwas spät, warum auch immer das jetzt nicht so früh kam. Zack, ein Plus von eins. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Und da du es nicht getan hast, musst du jetzt bezahlen. ... 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 Ok. So, dann machen wir die noch kaputt. Hälfte haben wir gleich. Dann machen wir mal das große auch kaputt. Und da unten ist noch eine Menge los. Ziel bestätigt. 31 von 45 haben wir schon hinter uns. Kampfstationen. Sie greifen an. Ich bin genau kurz vom Ziel. Bereit für Einsatz. Verstanden. Äh, die Massen sind jetzt wahrscheinlich dort. Das heißt wahrscheinlich, die sind dort. So. Im Gange. Hier vorne reichen aber aus. Prinzipiell. Oh, das können wir so werden jetzt. Nächstes Mal wird es dir nicht gelingen. Kampfstart. Referaturdrohnen gestartet. Wir werden angegriffen. Referaturdrohnen gestartet. So. So. Wir bleiben. Wir lassen auch in diese Richtung. So. Sollten wir jetzt auch hinter uns haben. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir lassen uns dann auch in diese Richtung. Das ist ein Zirr. Ich weiß schon immer was ich machen würde. Achja. Äh, eh. Dings anpassen noch, ne? glaub ich. Ähm. Äh. 16. Ähm. bestätigen parameter werden erneuert kampfstationen sie greifen an noch mehr mondnahrung androiden haben wir da oben sowieso gar nicht die firmenmarken werden immer beliebter umsatz durch lagerhäuser wie machen wir dann durch lagerhäuser umsatz ich verstehe ich jetzt nicht alles installiert probier es aus verstehe ich jetzt nicht augenblick mal ich muss erst diese berichte auswählen plus von 4 haben wir hier nehmen wir das bahn plus von 644 ist nicht viel ich glaube ich auch plus ein ordentliches dann halt von hier nach dort 11er plus 5488 könnte man prinzipiell machen gute entscheidung ihre wahren werden da draußen benötigt haben wir denn sonst noch hier was wir nehmen können hier gute registriert da wird ja kaum was angenommen preislich gesehen halt und dann können wir das anpassen 15 werden aktualisiert und dann können wir ja die restlichen sieben vielleicht hier überpacken 1000 teuer verkaufen das ist die erfolgsformel transferroute nimmt betrieb auf jetzt vielleicht noch etwas interessantes hier terium hier etwas wo von überschuss haben das ist halt nicht so wirklich viel wert würde das was bringen wenn wir den hier erweitern obwohl wir können den auch nicht erweitern dass wir das ding bräuchten für uns energie die könnten wir doch liefern ne wir haben keine produktion aber das ist auch erstmal irrelevant obwohl das jetzt schon können wir noch nicht der radio generator was auch immer wir hier durchbekommen ornament mai bomb freigeschaltet das können wir noch machen auf alle fälle auch mal neu Jetzt haben wir einen Plus von 5. Dann halten wir das mal. In der Zwischenzeit können wir natürlich auch gucken, wie es hier so aussieht. Das ist halt die Unterhaltung. 1230, ist noch wenig. Wenn wir das durch haben, können wir noch mal ein bisschen hier pushen, um noch mal ein bisschen mehr Geld reinzubekommen. Und was wir hier noch nicht jetzt machen, weil nicht, dass die Bedarfs noch schnell reinkommen werden. Die wollen, müssen wir jetzt die Sekte versorgen. Wir haben 62 von 54. Ich bin sicher, dass es für uns in der Zukunft... ...280 mal... ...was für einiger Schatt. Das ist halt schon wieder ein bisschen mehr. Wahnsinn, dass wir halt immer noch so eine Baudings da haben, von denen da. schon der Wahnsinn. Ich glaube, ich packe das aber aufs andere Gelände. Für einen potenziellen Ausbau in der Zukunft. Das macht mit den Großen halt mehr Sinn, weil... Egal, welche Vergünstigungen sie mir haben. Wenn man dann halt noch deutlich mehr Geld reinbekommt. Warentransport verzögert sich. Ursache, Transporterknappheit. Was? Transfer... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ich unterrichte es einfach mal. Die meisten Sachen davon sind jetzt auch... Nennen wir es mal Schnickschnack, die wir dann in Zukunft eher erweitern. In die Börse müssen wir auch noch gehen, aber dafür will ich erstmal... ...ne positive Bilanz haben. Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Ähm... Bauoptionen erweitert. Flut? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Was ist denn für eine Flut, hä? Klima, Terrorismus, Wildwasserbruch. Alle Bergbauplätze werden aufgrund von Erdrutschgefahr geschlossen. Verbleibende Zeit... Okay. look! Dienten.